Unsere Mieter haben die Möglichkeit Bewegungsmelder zu installieren und diese zum Beispiel mit dem Licht zu koppeln, dass in dem Moment, wenn sie in die Wohnung treten, das Licht angeht. Oder sie können damit eine Schaltung einsetzen, dass sie eine Benachrichtigung per Messenger, WhatsApp oder ähnliches bekommen, dass sich jemand bei ihnen in der Wohnung aufhält, wenn sie eben selber nicht zu Hause sind. Unsere Rauchwarnmelder, die wir verbauen, können mit dem neuen Smart Home System gekoppelt werden, sodass sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn dieser Warnmelder anschlägt. Wir alle nutzen immer mehr Paketdienste, Lieferdienste. Wäre es nicht super, wenn wir diesen Service nutzen könnten, ohne dass wir zu Hause sind. Der Paketdienst würde einfach die Zugangsberechtigung auf sein Handy bekommen. Das könnte er einmal entsprechend an die Tür halten und dann würde er den Zutritt zum Haus und wenn sie es wünschen, dann auch zu der Wohnung bekommen und könnte eben dort das gewünschte Paket oder eben die Pizza, die sie bestellt haben, abliefern und wieder gehen.